Heute sprechen wir darüber, wie du mit unfairen Lehrern umgehst. Willkommen zurück Abiturleden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauma-Abitur-Schnitt. Und was mich extrem aufregt, ist, wenn Leute das Gefühl haben, mein Lehrer ist einfach nur so unfair und ich kriege eben nicht die Note, die ich eigentlich verdient hätte. Sowas pisst mich natürlich an, wenn ich das von euch, meiner Community, hören muss. Und deswegen will ich euch einfach heute mal 5 gute Tipps mitgeben, wie ihr damit am besten umgeht und euch schlussendlich auch das holt, was ihr eigentlich verdient hättet. Erstens, nicht angepisst sein. Das ist nämlich das, was als allererstes passiert. Du hast das Gefühl, oh man, der Lehrer ist unfair zu mir, dann bist du selbst ungerecht zu ihm oder bist du jetzt angepisst, spiegelt seine Emotionen, das Ganze schaukelt sich auf und es wird immer schlimmer und deine Noten leiden darunter. Deswegen ist das allerwichtigste, was du tun kannst, sei nicht angepisst. Sei nicht angepisst, so schwer es ist, so viel emotionale Kontrolle du noch brauchst, sei nicht angepisst, weil das wird dir einfach nur alles noch viel schlimmer machen. Zweitens, kill them with kindness. Das ist nämlich genau die Gegensache und das ist auch die Sache, die du tun solltest. Dass du eben wirklich sagst, ey, ich bin trotzdem nett zu ihm, ich lächle ihn an oder sie, je nachdem, wünsche ihm einen schönen Tag, verabschiede mich, halte meinen Platz sauber, keine Ahnung, räume, stell auch die Stühle auf, kritisier nicht zu viel. All diese Dinge, dass du einfach nett zu ihm bist, einfach höflich. Heißt nicht, dass du alles so machen musst, wie er das sagt, weil das ist auch wieder nicht so gut, aber dass du einfach trotzdem nett zu ihm bist. Weil was passiert ist, dass, was ganz darauf passiert, dass dein Lehrer auch auf einmal passiert, auch anfängt nett zu sein. Weil du hättest, weil als er unfair war, hättest du fast die Emotionen gespiegelt und wärst auch gemein oder angepisst gewesen. Wenn du auf einmal anfängst, nett zu sein, kommt das meistens auch zurück. Weil du weißt nie, warum der Lehrer überhaupt gemein ist. Vielleicht denkt er einfach nur, dass allgemein deine Klasse kacke ist, aber wenn du denkst, hey, du bist irgendwie ganz nett, dann ist er vielleicht zu dir selektiv auch nett. Oder er hat einfach nur schlechte Erfahrungen mit der Schule gemacht, ist der Meinung, alle Schüler hassen ihn. Und auf einmal bist du nett zu ihm, dann hättest du, wow, zuerst mal eine Person, die mich irgendwie auch wertschätzt. Das weißt du nie, du kannst nie in den Kopf des Lehrers reinschauen. Wobei, das habe ich auch ein Video gemacht, kannst du auch hier rechts oben finden. Da können wir es zumindest ein bisschen mit 5 Tipps ganz gut versuchen. Aber ansonsten, du weißt es nicht. Und wisst ihr was? Wenn der Lehrer, obwohl du nett bist, trotzdem weiter mies und unfair ist, dann ist es halt so. Aber du hast nichts verloren, außer vielleicht ein bisschen falschen Stolz. Drittens, in Ernstfällen Hilfe suchen. Sprich, ich würde, wenn du wirklich merkst, okay, Alter, der Lehrer, wie der benutzt wird, das geht einfach wirklich nicht klar. Also wirklich nicht, du bist unzufrieden damit, sondern es geht wirklich nicht klar, würde ich erst mal andere Lehrer, die vielleicht einen guten Draht zu ihm haben oder vielleicht auch ein gleiches Fach unterrichten und dich mit denen austauschen, denen einfach dein Problem schildern, und dann fragen, was sie an deiner Stelle tun würden. Und vielleicht können die dir schon ein bisschen weiterhelfen, einfach nur ein Gespräch mit dem Lehrer suchen. Und das hilft schon. Vielleicht musst du auch echt zum Direktor gehen. Was weiß ich. Vielleicht hilft auch manchmal ein Einzelgespräch, sprich direkt mit dem Lehrer, mit dem du Probleme hast. Manche reagieren darauf auch sehr gut. Aber allgemein bei all diesen Maßnahmen, wirklich nur in extremen Fällen, und wenn der Lehrer total uneinsichtig ist, weil in allen anderen Fällen wirst du meistens seinen Ärger noch stärker auf dich ziehen. Und das ist natürlich eigentlich nicht die Sache, die wir machen wollen. Viertens, doppelte Leistung bringen. Das bedeutet, dass du wirklich einfach genau in das Gegenteil gehst, was alle anderen machen. Oh, der Lehrer ist unfair, da brauche ich mich gar nicht anstrengen, weil ich kriege ja sowieso nur so unfaire Noten. Du machst genau das Gegenteil. Du bringst genau deswegen eine doppelt so gute Leistung, dass der Lehrer, selbst wenn er am allerungerechtesten Maßstab dir trotzdem die Note geben muss, die du dir wünschst. Und wenn du das schaffst, das zeugt schon von so viel emotionaler Stärke, dich da auch darüber hinaus zu wenden und zu sagen, ist mir egal, wie der bewertet, wenn der saustreng bewertet, dann bin ich eben noch besser, dass ich da trotzdem auch hinkomme. Weil was dann passiert, gerade strengende Lehrer sind vielleicht oft auch darauf aus, dass man gute Leistung bringt. Und wenn du auf einmal gute Leistung bringst, werden sie dich vielleicht auch viel besser behandeln und vielleicht sogar als Positivbeispiel, als Kontrast der ganzen anderen Klasse vorhalten. Und dann, wenn du in dem Spot bist, dass der Lehrer wirklich immer sagt so, warum arbeitet ihr alle immer so schlecht, aber der Leo ist die ganze Zeit dabei, zum Beispiel, dann hast du gewonnen. Dann hast du einfach gewonnen. Fünftens, notfalls einfach akzeptieren. Ich weiß, dass dieser letzte Schritt einem extrem schwer fällt und mich hat das auch immer so hart abgefuckt, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, ein, zwei Punkte in der einen oder anderen Klausur wird deinen Traumnotenschnitt nicht gefährden. Es ist viel wichtiger, dass du diese Energie, die du eigentlich da reinstecken wirst, die darüber aufzuregen, wie ungerecht das ist und warum er das dann machen kann, dass das ja nicht sein kann und so weiter, dass du die Energie nimmst, in die anderen Fächer steckst, da richtig gute Noten schreibst und dann wird auch alles passen. Deswegen lass dich davon nicht unterkriegen. Denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo I wanna know what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me Especially if it's my dream I can't let none of these looks intervene No, my city's blessings I can't even see Praying that I get to breathe, yeah